Wieso? Wieso? Was genau ist denn passiert? Ich wollte Christa verletzen, weil er mich an unserem Hochzeitstag so gedemütigt hat. Dann will ich erst mal zu dachte niederblühen. Dann kannst du wieder nach links... ...hier ins Gefängnis zu bringen und jetzt schlägt er dich auch noch. Es reicht! Mein Gott, du fass mich nicht ab, aber... Ich bin ausgerutscht und mit dem Kopf auf die Kante vom Waschbecken begleitet. Tatsächlich? Ja, leider. Was machen wir nie wieder, Anni, bitte? Du hast dich gegen das Waschbecken geschleudert. Weil er ihn sonst anzeigen müsste. Wenn es genau richtig so gewesen wäre, gib es zu. Oder ich sag aus, ich hätte es gesehen. Ich liebe's Wies. Ich habe mir gedacht, ich habe mir gew erlebt. Ich hab mir geschenkt. Aber ich darf mich nicht wissen.